Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Drei Beamte, ein Amerikaner, der blind ist, ein Engländer im Rollstuhl und ein Österreicher mit einem gebrochenen Arm stehen zusammen und unterhalten sich. Plötzlich kommt Jesus vorbei. Jesus fragt die Herren, kann ich Ihnen etwas Gutes tun? Sagt der Amerikaner, ich würde gern wieder sehen können. Jesus legt ihm die Hand auf die Augen und schwupps, der amerikanische Beamte kann wieder sehen. Der Engländer meint, ich würde gern wieder gehen können. Jesus legt ihm die Hand auf die Beine und auch er kann wieder gehen. Nun dreht sich Jesus zum Österreicher und der Österreicher meint, du, pass auf was du jetzt machst, ich bin immerhin nur 4 Wochen im Krankenstand. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche, ich hoffe euch hat er gefallen, wenn ja, gebt einen Daumen hoch und schaut mal auf Mabacher, meiner Facebookseite vorbei. Wir sehen uns nächste Woche wieder, und nicht vergessen, Lachen macht lustig! Lachen macht lustig! Lachen macht lustig! Lachen macht lustig!